Guten Morgen, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt Kabul spitzt sich zu. Das US-Außenministerium forderte, die vor den Flughafentoren wartenden Menschen auf, das Gebiet zu verlassen, wegen Sicherheitsrisiken, wie es hieß. Ähnliche Warnungen kamen auch von anderen westlichen Staaten. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer verwies gestern Abend auf die wachsende Gefahr von Anschlägen. Auf einen genauen Zeitpunkt für das Ende der deutschen Evakuierungsflüge wollte sie sich nicht festlegen. Dichtes Gedränge vor dem Flughafen Kabul. Noch immer hoffen tausende Menschen auf die Ausreise, doch die Sicherheitslage spitzt sich zu. Die US-Regierung warnt mittlerweile vor dem Aufenthalt rund um den Flughafen. Auch die Bundesregierung spricht von Terrorgefahr. Die Hinweise auf mögliche Bedrohungslagen sind sehr konkret und sie sind sehr ernst zu nehmen. Und das beschließt sozusagen möglicherweise eben auch Zeitfenster, weil es dann um die Frage der Sicherheit der Menschen an diesem Flughafen, aber auch um die Frage der Sicherheit unserer Truppen geht. Die Bundeswehr könnte möglicherweise schon heute ihre Evakuierungsflüge beenden, auch weil die USA weiter an ihrem Truppenabzug am kommenden Dienstag festhalten. In den letzten Tagen werden wir in erster Linie unsere Mannschaften und das militärische Material hinausschaffen. Das heißt aber nicht, dass wir Schutzbedürftige nicht weiter ausfliegen. Deutschland will Schutzbedürftige Afghanen auch nach dem 31. August außer Landes bringen. Der Sonderbeauftragte der Bundesregierung, Potzel, erklärte, er habe mit den Taliban eine entsprechende Vereinbarung getroffen. Im Tarifstreit der Bahn mit der Lokführergewerkschaft GDL zeichnet sich vorerst keine Lösung ab. Das Unternehmen will zunächst kein weiteres Angebot vorlegen, sei allerdings offen für Gespräche, so Bahnchef Lutz gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Die Streik nannte er völlig unnötig. Die Unterschiede in den Vorstellungen von Bahn und GDL seien nicht so groß. Lediglich bei der Laufzeit liege man noch auseinander. Sechs Wochen nach der Hochwasserkatastrophe berät heute der Bundestags-Innenausschuss. Bei der nichtöffentlichen Sondersitzung sollen die Innenminister von Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen erklären, warum offenbar nicht ausreichend gewarnt und evakuiert wurde. Es geht auch darum, ob Abläufe und Zuständigkeiten im Katastrophenschutz geändert und mehr Kompetenzen auf den Bund verlagert werden sollten. Mitte Juli waren nach Starkregen im Westen Deutschlands mehrere Orte überflutet worden. 183 Menschen starben. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter. Binnen eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut 12.626 neue Fälle gemeldet. Gut 4.000 mehr als vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 66. Israels Premierminister Bennett ist zu seinem ersten Besuch seit Amtsantritt in den USA eingetroffen. Er sprach zunächst mit Verteidigungsminister Austin und Außenminister Blinken über die Verstöße des Iran gegen das Atomabkommen. Bennett ist gegen eine Rückkehr der USA in das Abkommen. Für heute ist ein Treffen mit Präsident Biden geplant. Der FC Bayern München hat locker die zweite Runde des DFB-Pokals erreicht. Der Deutsche Meister schlug gestern Abend den Fünftligisten Bremer SV mühelos 12 zu 0. Und hier die Wetteraussichten. Mehr Wolken als Sonne und vor allem in der Osthälfte gebietsweise Regen und teils kräftige Schauer, dazu einzelne Gewitter, besonders in der Nordosthälfte windig. 14 bis 22 Grad. 25 Minuten Redezeit 15 Minuten Redezeit Untertitelung des ZDF, 2020